Joooo, herzlich willkommen zu dem neuen Wir klären auf Video, ja ihr habt uns mal wieder ganz viele Fragen und Kommentare und sowas gestellt und wir kommentieren und verfilmen diese heute mal wieder, sehr niveauvoll, nicht, los gehts, wuhu, Roman, was wäre, wenn Heiko nachts zu dir in dein Bett kommt und mit dir kuscheln will? Warum spielt Roman in euren Videos eigentlich immer die Frau? Na, weil er sich dann nicht verkleiden muss. Vergewaltigt ihr gerne kleine Kinder? Nicht nur kleine Kinder. Schon wieder dieser scheiß Schrank. Könnt ihr eure Lieblingsfilme mal nachspielen? Roman, hehe, wenn du am Verhungern bist, denkst du manchmal dran, Heiko zu essen? Nein, als ob der das machen würde. Das war ein Zwillingsbruder. Wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen Schokolade oder Gummibärchen, was würdet ihr nehmen? Mann, ich weiß aber nicht, was ich nehmen soll. Gummibärchen oder Schokolade! Gummibärchen oder Schokolade! Gummibärchen, Bruder, Bruder! Ich weiß, dass es hartwürdig ist. Aber du musst da jetzt durch. Wer?! Du Sch... Du Schwarz, Alter! Leute, der Heiko hat mich jetzt schon zum zweiten Mal angespuckt. Wie so ein Lama, Mann, der spuckt mich nur an. Was soll es denn? Junge, du spuckst mich die ganze Zeit ab wie so ein scheiß Lama! Ich... Ich bin Lama. Du bist ein scheiß Lama! Was würdet ihr machen, wenn Michael Jackson nach so 0 und 0 vor dein Bett erscheint und Thriller tanzt? Na, ich will etwa mitmachen! Ah! Roman, stimmt es, dass der Wäschekorb von dir schwanger ist? Am besten fragen wir den Wäschekorb einfach mal selbst, würde ich sagen. Ja! Ich glaube, das war ein klares Ja! Roman, mein Vater! Wurdet ihr schon mal von einer Kartoffel vergewaltigt? Äh, was hast du da oben auf dem Kopf? Eine Mütze. Junge, da ist die Kartoffel, Mann! Da ist die Kartoffel! Hey! Warum verheimelst du mir sowas? Hast ja recht. Jetzt kommt alles wieder hoch. Ruf mal irgendeinen YouTuber an, den wir alle kennen und verarschen mal so richtig. So, ich rufe jetzt Chris von BullshitTV an. Äh, an alle, die BullshitTV nicht kennen, ihr habt was verpasst. Naja, ich rufe die Jungs jetzt an, ähm, natürlich auf anonym. Hallo? Hallo? Ja, wer ist da? Wer ist da? Äh, ich bin die Hanna. Äh, bist du, bist du Ytiti? Wer ist Hanna? Ich hab die Nummer von einer Freundin bekommen, wer bist du denn? Ist da, ist da Phil oder? Ist da Ytiti? Ne, ich hab nichts mit Ytiti zu suchen. Also, ich bin keiner von Ytiti. Ich hab... Ne, ich hab... Warte, bleib bitte dran. Bleib bitte dran. Oh mein Gott. Hä? Christoph? Ne. Wer bin ich? Chris? Ne, äh, wer ist denn da dran? Hanna! Chris, 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 bleib dran! Welcher Hanna? Na, na, na! Na, na, na! Na, na! Na, na! Na, na! Wie das denn, ich bin Dissilda? Die Hanna! Welcher Hanna? Hanna! Hanna, Hanna, Mütter! Hanna! Aus Dissilda! Oh, aufgelegt! Yo, äh, Chris, wenn du das jetzt siehst, also ich bin die Hanna! Ich bin die Hanna! Ja! Ja! Wie heißt Heikos Kanal? Ja, wie viele mitbekommen haben, hab ich jetzt einen eigenen, neuen Channel, und zwar Heikos Bude. Ja, und was wird da folgen? Da gibt's ganz oft irgendwelche Gaming-Videos, wie beispielsweise Minecraft, aber im coolen Sinne. Oder so Follow-Me-Around-Dinger, unbedingt abonnieren. Heikos Bude, da link ist in der Infobox, mein neuer, eigener Channel. An alle, die sich jetzt fragen, wieso hat Roman keinen eigenen Channel? Ich hab einfach zu wenig Zeit für einen weiteren Channel und will mich auf unseren Hauptkanal, die Lochis, konzentrieren. Was ich persönlich auch besser finde. Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem neuen Wir-Klären-Auf-Video. Dort geliked ist unsere letzten Wir-Klären-Auf-Video, da geliked ist unsere letzten Song-Parodie zu Am I Wrong. Yeah! Eure Fragen, Kommentare und Vorschläge wie immer in die Infobox. Und Heikos Bude abonnieren meinen neuen eigenen Channel. Äh, wir sehen uns wieder nächsten Samstag mit einem neuen Video. Abonnieren nicht vergessen. Wir sind jetzt raus. Ihr wählt aus. Adios! Amigos! Woohoo! Wir sind hier. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tau! 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 Tau!